Noch mal eine kleine Stufe. Da ist noch so eine ganz kleine Erhebung. Wenn du jetzt hier links dahin gehst, hast du die Seife. Guck mal die Zahnbürste. Jetzt gehen wir Schritte vor. Eins, zwei, drei, vier. Gut gemacht. Da ist der Mann. Mama! So. Bist du sicher, dass Papa nicht kommen soll? Ich komm schon klar, Mama. Gut. Vorsicht, nicht erschrecken. Das hänge ich dir noch. Was ist das? Das ist wasserdicht. Hi. Ich bin Mia. Deine Mutter meinte, ich soll einfach hochkommen und mich vorstellen. Ich bin hier für den Assistentenjob. Geil. Noch eine. Ich brauch keinen scheiß Assistenten. Ich brauch mein Augenlicht zurück. Kriegst du es hin? Nein. Also geh und kümmere dich um anderen behinderten Loser. Den Arsch kann ich mir noch alleine abwischen. Danke. Sag mal. Hast du generell keinen Respekt vor anderen Menschen? Oder hast du den mit deinem Augenlicht verloren? Aber Glückwunsch zum Arschabwischen. Natürlich besser für mich. Also gehört wirklich nicht zu meinen Lieblingsaufgaben. Wer zeigt mir, wie es sein kann? Doch es braucht Zeit und es braucht Mut. Ein bisschen mehr, als ich alleine hab. Erst wird still um mich und plötzlich hör ich dich. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, ja, ja.